Eine Erklärung zum Abstimmungsverhalten, die Piraten Dresden und ich persönlich halten die Kita genauso wie Schulen und Hochschulen für staatliche Aufgaben, dafür sollte man überhaupt nicht bezahlen. Ich bin mir allerdings sehr bewusst, dass die Stadt selber diesen Schuh nicht drehen kann, deswegen ist der Stadtrat die falsche Ebene, deswegen habe ich zu allem, was mit Gebühren zu tun hat, heute meine Ablehnung kundgetan.